Die Kameradschaft Sturm 34 hatte sich bei ihrer Gründung im März 2006 nach einer SA-Gruppe benannt, die in der Nazizeit in der sächsischen Stadt Midweida stationiert war. Bis zu 50 Mitglieder soll sie bis zum Verbot 2008 gehabt haben. Ihr erklärtes Ziel, Midweida und Umgebung sollten zu einer sogenannten national befreiten Zone gemacht werden, frei von Ausländern und Linken. Um das durchzusetzen, unternahmen sie in der Gegend Kontrollfahrten. Wer ihnen dabei in die Quere kam, wurde drangsaliert und verprügelt. Dabei skandierten sie Siegheilrufe. Mehrere Opfer wurden krankenhausreif geschlagen. Sie überfielen Jugendliche an einer Tankstelle und heizten sich dabei mit rechtsextremer Musik auf. Bei einem Volksfest in Breitenbronn waren sie militärisch geordnet ins Festzelt einmarschiert und hatten die Gäste in Angst und Schrecken versetzt. Neun Menschen waren damals von den brutalen Schlägern verletzt worden. Bei einer ihrer Zusammenkünfte hatten sie, nach dem Vorbild des US-amerikanischen Q-Klux-Klan, ein Holzkreuz verbrannt. 2008 hatten die Männer schon einmal im Dresdner Landgericht auf der Anklagebank gesessen. Drei von ihnen waren damals wegen Körperverletzung verurteilt worden, zwei haben eine Haftstrafe abgesessen. Die Staatsanwaltschaft hatte schon damals in der Kameradschaft eine kriminelle Vereinigung gesehen. Die Richter indes nicht. 2009 entschied dann der Bundesgerichtshof anders. Ja, es sei durchaus eine kriminelle Vereinigung gewesen. Mit der Wiederaufnahme des Prozesses sah sich die Staatsanwaltschaft daher bestätigt, sagt Sprecher Lorenz Hase. Die Einschätzung ist heute von rechtlichen Bewertungen keine andere. Die Staatsanwaltschaft hat ja auch schon in dem ersten Prozess entsprechende Verurteilungen, also gerade hinsichtlich der Bildung einer kriminellen Vereinigung, beantragt. Die Staatsanwaltschaft hatte damals entsprechend höhere Haftstrafen beantragt. Bis zu fünf Jahre Haft stehen hierzulande auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das Gericht brauchte aber weitere zwei Jahre, um die Sache erneut zu verhandeln. Das hat ihm heftige Kritik eingebracht, auch aus dem Rathaus der Stadt Midweida. Der Oberbürgermeister hatte sogar eine Untätigkeitsklage eingereicht. Für den beigeordneten Bürgermeister Ralf Schreiber ist das Verhalten der Justiz bis heute unverständlich. Für uns als Stadt Midweida ist es ein sehr schlechtes Signal. Ganz einfach deswegen, weil bei diesem Schaden, der uns bereitet worden ist, der Bevölkerung bereitet worden ist, war ein konsequentes, schnelles Handeln einfach nur notwendig. Und man kann jetzt nicht im Nachhinein sagen, es ist lange her, es ist kein Problem. Hier geht es darum, auch Abschreckungen zu zeigen und Abschreckungen für zukünftige, derartige Personen, die sich dem Gedanken gut hingeben. Das Landgericht Dresden begründet die Verschleppung mit dem großen Arbeitspensum der zuständigen vierten Kammer, erklärt Sprecher Ralf Högner. Es ist eben so, dass in diesem Verfahren ja kein Angeklagter mehr in Untersuchungshaft saß. Schon lange nicht mehr. In den anderen Verfahren, die diese vierte Strafkammer zu verhandeln hat, ist es nahezu die Regel, dass die Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen und deswegen diese Verfahren beschleunigt behandelt werden müssen. Das sei der einzige Grund dafür, dass die Wiederaufnahme so lange gedauert hat. Diese Verfahrensdauer hat bei uns nichts damit zu tun, dass das Verfahren von politischer Brisanz ist. Es war vielmehr sogar so, dass wir ein weiteres Verfahren, das praktisch dieselbe Brisanz hatte, das gegen die, wenn man so will, fünfköpfige zweite Riege von Sturm 34 geführt wurde, mittlerweile verhandelt ist und auch rechtskräftig abgeschlossen. Die fünf Männer, die jetzt vor Gericht standen, konnten indes von der langen Verzögerung profitieren, erklärt Ines Kilian, die zu deren Anwälten gehörte. Also aus Sicht der Verteidigung ist es meistens zugunsten des Angeklagten, wenn ein Prozess sich lange hinzieht. Zudem wurde den Männern zugute gehalten, dass sie sich während der acht Verhandlungstage des zweiten Prozesses geläutert gezeigt haben. Es täte ihm leid und derartiges würde sich nicht wiederholen, erklärte einer der heute zwischen 23 und 44 Jahre alten Männer. Außerdem wirkte es strafmildernd, dass sie sich mittlerweile eine bürgerliche Existenz aufgebaut haben. Sie gehen großteils einer geregelten Arbeit nach, haben Familie, einer der Männer studiert und sie haben sich seit Jahren nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Kritik gab es auch an der Rolle der Polizei. Diese habe dem Treiben zu lange untätig zugesehen. Einer der Männer hatte als Informant gearbeitet und soll schon frühzeitig auf die Strukturen und Ziele der Gruppe aufmerksam gemacht haben. Das hinterlässt auch bei Anwältin Ines Kilian einen bitteren Beigeschmack. Also die Rolle der Polizei, da ist vieles im Dunkeln geblieben. Es war jedenfalls keine rühmliche. Nicht nur sie hätte gern mehr Aufklärung gehabt, vor allem über die Beteiligung des Staatsschutzes als auch des Verfassungsschutzes in dem Verfahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017